Das sind doch alles Nachkommen von Sklaven, die es Amerika überhaupt möglich machen, sportlich zu konkurrieren. Amerikanisches Olympiagold lässt sich mit Negerschweiß aufwiegen. Er hat mir gesagt, dass Sie einen Neger employeten. Das ist wahr? Ja. Es ist ein Französer. Er ist Marcel. Er hat mit meiner Tante und meinem Onkel gearbeitet. Er ist die einzige mit mir. Was? Ein Projektioner. Er ist wahr? Er ist das beste. Er ist ja, wir können Sie sehen, wie es ein guter Geschäft ist für Sie. Kannst du einen Projekt zu machen? Natürlich. Ja. Mit dem Ministerpräsidenten, wie ich ihn weiß, kann ich Ihnen sagen, ich bin in der Lage, dass Sie nicht die Erfolg oder die Erfolg oder die Erfolg der Sonnigusse dieser Dépendent von der Prüste der Neger. Donc, s'il est admis que l'événement se tiendra effectivement dans votre établissement talentueux, sans doute comme votre nègre peut l'être, c'est vous qui actionnerez les projecteurs.